7 Fakten zur Gratis-Zahnspange Seit Juli 2015 ist die Gratis-Zahnspange für Kinder und Jugendliche erhältlich. Wir haben alle wissenswerten Fakten dazu gesammelt. Zahnspangen korrigieren Zahn- und Kieferfehlstellungen. Generell werden die meisten Zahnspangen im jugendlichen Alter eingesetzt, für Erwachsene sind sie allerdings genauso dazu geeignet, das Gebiss zu korrigieren. Etwa 30.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich von Zahnfehlstellungen und Missbildungen des Kiefers betroffen. Diese sollten so schnell wie möglich behandelt werden, um die Zahngesundheit im späteren Erwachsenenalter nicht zu gefährden. Die neue Krankenkassenzahnspange ermöglicht nun Kindern und Jugendlichen von 6-18 Jahren eine kostenlose Behandlung, allerdings nur bei besonders schweren Fehlstellungen. Alter, zum Behandlungsstart muss das Kind zwischen 6 und 18 Jahren alt sein. Ist der Patient bei Behandlungsstart, klebender Brackets, älter als 18 Jahre, fällt er nicht in die Gratisregelung. Schweregrad, das Gebiss muss eine komplexe Fehlstellung aufweisen, mindestens der Stufe 4 oder 5 der Routenklassifizierung, Kieferorthopädische Behandlungsnotwendigkeit, Index of Treatment Needed. Wie hoch der Fehlstellungsgrad beim jeweiligen Kind ist, muss von einem Vertragskieferorthopäden, der einen Kassenvertrag hat, beurteilt werden. Welche Ärzte in Österreich das sind, erfahren Sie hier. Unkompliziert, sind die Voraussetzungen, also Alter und Schweregrad, erfüllt, kann dem Kind die kostenlose Zahnspange angepasst werden. Die bisher erforderliche Bewilligung durch die Krankenkasse entfällt. Schnell, vom Zeitpunkt der Erstberatung soll es nur etwa ein bis zwei Wochen dauern, bis die Zahnspange eingesetzt werden kann. Herausnehmbare Spange Bei jüngeren Patienten bis ca. 12 Jahre werden herausnehmbare Zahnspangen angefertigt. Der bisherige Selbstbehalt von durchschnittlich 400 Euro entfällt. Jedoch wird immer mehr auf die Behandlung mit festsitzenden Spangen übergegangen, da mit festsitzenden Spangen viel besser und genaue Fehlstellungen korrigiert werden können. Fixe Zahnspange Ab ca. 12 Jahren bzw. bei ausgewachsenem Erwachsenengebiss werden festsitzende Zahnspangen in Form von Metallbrackets eingesetzt. Durchsichtige Zahnspangen und andere ästhetischere Modelle fallen nicht in die Regelung, auch nicht gegen private Aufzahlung. Nach Behandlung, ist die Behandlung abgeschlossen, erhält der Patient, ebenfalls kostenlos, einen fixen Retterner im Ober- und Unterkäfer, der ein neuerliches Verschieben der Zähne verhindern soll.